So, wieder defend, Alter. Aids, Mann. Jetzt müssen wir wieder gegen 20 Millionen Panzer. Liegt dabei auch. Wann können wir denn angreifen? Verdammte Scheiße. Warte mal, ich bin jetzt gerade in diesem komischen Drehfahrzeug drin, ne? Hier links neben uns sind welche in so'n... äh, bei B. Direkt bei B, oder? Die haben schon gekannt. Oh, ha, ha, ha! Digga, ich hab den einen mit einer Stehkanone weggerotzt. Das sah witzig aus. Und den nächsten weggerotzt mit der Stehkanone. So rein da, das Ding. Ich hab zwei Leute weggerotzt mit dem, mit dem Stehgewehr. Ah, jetzt ballert das Teil auf mich. Wo ist der Panzer? Ich brauch den mal gespottet. Weiß ich nicht, Alter. Da. Nicht gehettet. Aber ich muss aufpassen, du musst ein bisschen hinter mir bleiben, am besten, oder so. Wenn ich in diesem Ding hier drinnen stehe, weißt du? Kann ja von links einer kommen und mich wegratzen, Alter, einfach. Ich meinst, von rechts oder so? Ja, von links, von links. Über den Berg. Wo, 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 wo? Spotten am besten. Vorne. Alter, dreht sich das Ding langsam. Weißt du, Scheiß mit den Dynamiten, Alter? Da ist der, ne? Ich seh, ich hör ihn. Da ist er. Jo, getroffen. 150 Vehikel disabled. Steht er da? Echt? Ja. Boom! Boom! Kaputt, Alter! Zwei Schüsse, das Ding ist down. Der knallt, Alter, der knallt. Das Ding knallt. Kannst du damit die Dinger zerstören, oder was? Ja, ja, zwei Schuss auf den Panzer, der ist weg. Nice. Good job, guys. Ich hab das mal so hingedreht, dass das gleich auf die Dings guckt, da wo die Panzer auch sind. Ah, wir haben einen Tank, nice. Ach, guck mal, hier sind sogar MGs, Alter. Bei B sind sie, Bruder. Jo, da ist einer. Ich geh an diese, äh, Abwehr. An die Tankabwehr. Fuck, ich hab die Wand nur getroffen. Komm, lad nach. Alter, das Nachladen dauert Ewigkeiten, ja? Ab ihn. Boom! Down. One hit. Ja, ich bin auch da. Böhrling und Tank hinten, die besser machen sind. Ja. Warte mal, hinten ist ein Tank noch. Wo, hinten? Hier, ein Tank, meinst du das? Ja, ich schieße auf den. Hinten, rechts. Fuck, nicht getroffen. Ach, das ist eine Artillerie, oder was? Ja, ja, eine Artillerie, wo ich dran bin, ja. So, ich dachte, sie sind geschützt. Okay, noch ein bisschen höher. Was bedeutet das immer, Enemy Cordones? Lol. Hey, hier. Türkisch, Digga, danke. Deşikulat. Ich esse keinen Gulasch. Ach. Hat er gesagt. Ich esse keinen Gulasch. Lol. Really? Headshot, bitch. Ich habe jemanden Headshot verpasst. Bei Dings dürfte jetzt keiner mehr sein. Nee, da ist keiner mehr. Dein Typ ist ausgestiegen. Das ist ein Tank. Der Speerfeuer. Der Leuchte, denkst. B. Da war das A. Das Problem ist, dass das mit den Sounds auch noch voll buggt. Ich höre so Leute schreien. Aber da ist keiner. Okay, die Hitbox ist komplett für den Arsch. Ja, Mann. Glaub ich dir. Haben wir jetzt beide Punkte verloren gehabt? Jupp. Oder ich bin einfach nur ein mieser Aimer. Okay. Okay, die Hitbox ist für den Arsch. Jupp, Alter. Ja? Ja. Die ist mies für den Arsch, die Hitbox. Holy shit, Mann. Warum sagt jemand zu mir Retreat now? Die soll den Maul halten, die Fotze. Ich will mal einen mit der Waffe, mit dem Bayonett und dann anlaufen und den abstechen, weißt du? Ah, der repariert sich gerade, der Panzer. Wenn der so stehen bleibt, so locker und sich nicht bewegt, dann repariert er sich. Du kannst ja die Panzer von innen reparieren. Ja, wenn du innen sitzt im Panzer und du wirst angeschossen, kannst du einfach stehen bleiben und dich reparieren. Warte mal, ich schieße den mal von hinten ab. So, warte, 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 nice. Ich reparier mich mal. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Alter, bei mir ist gerade ein Panzer vorbeigewixt. So. Okay, da ist einer, den will ich jetzt abstechen im Laufen. Habe ich voll Bock drauf. Ich hoffe, das klappt, Alter. Was willst du? Ich will ihn abstechen im Laufen mit dem Bayonett und rennen auf ihn, zurennen. Da rennt er, da drüben. Da ist er. Der Schenke ist auch wieder da. Die ist geplantet, nein. Geil, Alter. Alter, ich kriege halt einfach 390 Punkte, weil ich auf den Typen zulaufe und ihn absteche. Er ist hier wie so ein Schwein. Nice, Mann. Alter, die behindert nur Tanks, Mann. Ja. Das sind halt zwei Panzer und dann haben die diese kleinen, schnellen. Kriegst du nicht kaputt, Alter. Ich deploy mich mal. Wir müssen an diese Geschütze gehen. An die müssen wir ran. Gibt's doch keine. Gibt's doch keine Artillerie. Werden auch nicht angezeigt. Irgendwie dämlich ist. Ja, ein Schuss mit Tank. Ich bin down. Ist das nicht. Oh, ich hab ihn getroffen. Und ich hab Vehicle disabled. Und der Panzer ist down. Moment, Digga. Mit Granaten, diese dicken, die der Assault hat. Was ist das jetzt? Und ich hab ihn getötet, der im Panzer war. Ah, das bist du, Bruder. Okay. Jo. Da vorne läuft einer hier vor uns. Vor uns zu A rüber. Oh, leil. Im Auto war noch einer. Oh, da ist wieder ein Panzer. Komm, wenn du, wenn du, wenn du Assault bist, ne? Ja, bin ich. Dann hast du auf zwei, auf vier hast du Granaten. So eine fetten Granaten. Ja, aber werf die mal genau dahin, Alter. Easy. Also ich hab bis jetzt die ganze Zeit immer getroffen. Damit hatte ich gar keine Probleme. Da sind zwei Typen. Ja, wir haben... Ja, ja, den kriegen wir nicht. Wir haben aber einen Panzer. Warte mal, hier irgendwo ist der. Ja, hier war jemand an der Artillerie hinten. Ah, ich bin tot. Ja, okay, ich wurde schon hinten weggeratzt. Schon wieder. Ich werde, ohne Witz, kein Witz, YouTube, ihr seht das, ich werde nur von Panzern gekillt. Ich wurde bis jetzt noch nicht von der Artillerie umgebaut, also von einem normalen Typen. Nur von Panzern. Das ist schon echt Aids, Alter. Die Leute können halt gar nichts. Außer Panzer. Das ist das Einzige, was sie hier machen. The enemy has armed objective butter. LOL. Warum geht denn keiner defenden? Nice. Nice. Das ist auf jeden Fall ein gutes Team hier. Die Leute da waren, die da hinten waren? Ja, die habe ich getötet. Also ein von denen. Da war nur einer. Da waren zwei Dinge. Da sind aber alle tot. Der ist immer noch einer. Wo? Da hinten? Hier, wo ich bin? Ich habe ihn fast down. Da sind mehrere Leute. Jupp. Der Feuer habe ich. Wo hast du ihn? Ah, der ist da unten, ne? Der andere ist unten, unter dir. Vielleicht unten. Ja, ja, da, genau. Boah, da ist gleich noch einer in der Ecke. Den habe ich nicht gesehen. Der holt die alle hoch, der Wichser. Digga, wo ist denn unser Team? Weiß ich nicht, Alter. Was ist da los? Digga, wir sind vier gegen fünf, Mann. Ja. Rausgegangen. Hurensöhne, Alter. Weil sie nichts können. Was ist das, Digga? Aufrufen. Was ist das, Digga? Wir haben objektive Apples verloren. Ach, damit kann man sich nur hinsetzen. Digga, was ist das für eine Waffe, Digga? Was für eine Waffe? Digga, das ist so langweilig, ne? Es ist vier gegen fünf und die Leute nimm nur Tanks, Alter. Ja. Okay. Tanks spielen. Wir sind vier eigentlich nie angegriffen. Verstehe ich nicht. Ich habe jetzt geschrieben, only tank retardeds. Lass mal versuchen, B zu beschützen, Digga. Komm. Aber ist ja langweilig. Hau mal hinten, Tür zu. Hau mal hinter uns, die Tür zu. Da ist einer. Da ist einer. Ja, am B. Ja, fick dich, Mann. Hinter uns ist einer. Das ganze Magazin durchkillt mich einfach. Mit Scharfschützengewehr. Der Mr. Saiger. Killt mich auf Nahkampf mit Scharfschützengewehr. Digga, komm. Ich habe auch gekillt. Wir haben nur Panzer hier. Das ist langweilig, Digga. Das ist Erik, dieser Hurensohn, Alter. Alter. Ja, weißt du? Genau er sagt nämlich, okay, dieser Tank retardet. Dieses Cancer-Kit, Alter. Richtiges Cancer-Kind, Mann. Der gammelt die ganze Zeit, nämlich nur mit seinem schwulen Tank rum. Die bockt das nicht, Mann. Ne, es bockt halt nicht, wenn du die ganze Zeit nur fand... Äh, die sind in der Überzahl, ne? Wir sind vier Leute gegen fünf und dann haben die zwei Tanks, Digga. Das ist halt der Mega-Skill, ne? Den der Boy da an den Tag legt, der Erik. Das ist halt ein ganz guter Spieler, Alter. Cancer-Boy, ey. So stimmt doch nicht, Mann. Hitbox funktioniert auch nicht, wenn du snipest, zum Beispiel. Ja, auf Nahkampf funktioniert das wohl sehr gut. Oder der hat ein Bot oder so. Könnte ich auch sein, dass er einen Bot hat. Ich will den Erik killen in seinem Panzer. Ich will ihn mal von seinem Hohen Ross runterholen. Schon wieder der Tank, ne? Ja, Alter, ja, Mann. Erik. Er hat mich komischerweise gesehen, Alter. Naja, ich... Wo ich von der Seite kam, Alter. Merkt das schon. Bin jetzt mal hinter dem, aber der bleibt nicht stehen. Das ist das große Problem. Doch jetzt. Lenk ihn weiter ab. Loll, ich hab drei C4 angepackt und der Typ explodiert nicht. Nein, Mann, kannst du nicht. Der hat das Back gar nicht dran, ne? Auf den einen Wagen hab ich auch drei gemacht und dann musste ich noch zwei Granaten werfen, damit er überhaupt was passiert, damit er Damage kriegt. Aber er ist trotzdem nicht explodiert. Ja, das gewinnen wir leider nicht mehr. Aber wie ändert man? Der Erik ist... Der Erik ist zu gut in seinem Panzer. Das kennt sein Kind. Ja, Digga, wir spielen hier... Wir spielen hier fünf gegen vier, ne? Ja, wo kommt mal der eine von uns? Ein Kill, elf Verluste. Ja, es ist halt Noobs hier in dem Spiel. Verfickt euch mal. Cancer Kid Airy, Dinger. GG, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.